Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch Update begrüßen. Ein Thema, was die Gemüter momentan erregt, Lastenausgleichsgesetz, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer. Die Themen werden diskutiert aufgrund der politischen Diskussion in unserem Land. Auch nicht ganz verwunderlich, dass ab gewissen Vermögensgrößen die Diskussionen darüber steigen, inwieweit die sogenannten starken Schultern stärker belastet werden könnten. Die Familienstiftung in Deutschland oder in Liechtenstein, der Wegzug in die Schweiz oder vielleicht auch die Aufteilung des Vermögens innerhalb der Familie, um mögliche Freibeträge oder auch Freigrenzen zu nutzen. Das sind die Themen und wir haben das in einem Video dargestellt und wollen das heute nun in einer Frage- und Antwortrunde behandeln. Das Ganze aber auch derart, dass wir uns zunächst doch mal die Daten kurz anschauen zum Lastenausgleichsgesetz, wie im Video genannt. Der Kernpunkt ist letztendlich, dass dieses Lastenausgleichsgesetz letztendlich auch über einen längeren Zeitraum, was die Belastung angeht, gestreckt wurde. Durch diese Verteilung über 30 Jahre war die jährliche Belastung 1,67 Prozent und auch ganz wichtig, diese Belastung, das sehen wir auch gleich im Praxisfall, war nicht auf das gesamte Vermögen, wie Sie es vielleicht selbst definieren würden, abgestellt, sondern eben auf 50 Prozent des berechneten Vermögenswertes. Und das auch nochmal eine wichtige Differenzierung, die wir gleich betrachten. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Vermögen und einer Bemessungsgrundlage, wie sie eben auch für die Steuer gilt. Bei Ihrem Gehalt sehen Sie das ja auch, Sie haben Bruttogehalt, aber Sie haben dann eben auch gewisse Abzüge, Werbungskosten, Sie haben bei Ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, haben Sie Abschreibung und Fremdkapitalzinsen und weitere Aufwendungen abzuziehen sind. Und das Thema haben wir auch hier. Wir haben das dann im Video, was Sie ja nochmal bequem anschauen können. Es steht auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung, nochmal runtergebrochen auch. Aber im Kern sind es ja dann diese Fragestellungen, die wir sehen, was wären denn die Konsequenzen einer Steuer, die sich auf die Substanz und nicht den Ertrag bezieht und wie wirkt das insgesamt langfristig, da es ja aus der Liquidität des jeweiligen Haushaltes, der jeweiligen Person getragen werden muss. Und dann dementsprechend die Antworten, die wir im Video schon kurz skizziert haben. Ich kann natürlich überlegen, gibt es Freibeträge? Die werden wahrscheinlich auch pro Person sein. Also kann ich Vermögen natürlich im Familienkontext verteilen. Da werden viele Instrumente aus dem bekannten Werkzeugkasten der vorweggenommenen Erbfolge zum Tragen kommen. Ob das vermögensverwaltende Gesellschaften sind, bei denen sie Instrumente des Gesellschaftsrechts nutzen, um das umzusetzen, was sie bei der Generationenplanung haben wollen. Ob das Versicherungsverträge sind mit gesplitterter VN-Eigenschaft. Also da gibt es verschiedene Varianten, vielleicht auch Vermögensübertragungen gegen Niesbrauch an Immobilien, an Gesellschaften oder an Wertpapierdepots. Und unser Fazit war ja auch im Video, man sollte das tun, was ohnehin wirtschaftlich sinnvoll ist und der Sicherung des Familienfriedens dient, ohne jetzt schon im Vorgriff auf mögliche Steuern und Abgaben, die momentan ja noch theoretischer Natur sind, jetzt über alte Handlungen vorzunehmen, vielleicht auch Vermögen derart zu verteilen, dass die Seniorengeneration vielleicht irgendwann selbst einen Engpass hat und dann wieder Vermögenswerte zurückfördern muss von der jüngeren Generation, was steuertechnisch in vielen Fällen sehr, sehr unglücklich ist. Dann können wir natürlich die Frage stellen, naja, wie kann ich denn eine Belastung der Substanz über meine Optimierung des Ertrags kompensieren? Ich kann natürlich meine Anlagestrategie anpassen. Da gibt es in Deutschland noch sehr viel Potenzial. Wir haben die ertragsteuerliche Optimierung, welche Vermögensklassen, welche Ertragsarten habe ich in welcher steuerlichen Verpackung? Das betrifft Gesellschaften, das betrifft Versicherungsstrukturen, aber natürlich auch das Investmentsteuerreformgesetz im Vergleich zur Direktanlage mit Wertpapieren. Und auch das sind natürlich schon, Sie merken, das sind Aspekte, die sind auch beide wirtschaftlich sinnvoll, unabhängig von der Thematik. Gibt es eine Vermögensabgabe? Gibt es ein Lastenausgleichsgesetz? Wie könnte das denn gestaltet sein? Und wir sind im Video damit geschlossen, dass wir gesagt haben, keine Panik. Grundlage sollte immer eine gut strukturierte Finanzplanung sein. Und jetzt schauen wir uns das im Praxisfall auch mal an, wie sowas aussehen würde. Und ich habe Ihnen hier mal eine langfristige Liquiditätsplanung mitgebracht. Das heißt, das ist ein Kundenfall. Hans und Hanna Tüchtig. Da sehen Sie schon hier an der linken Seite die Überschüsse in den jeweiligen Jahren. Die sind auf einem angenehmen Niveau. Man würde sagen, obere Mittelschicht oder wie Sie es auch immer definieren. Es ist nur die Methodik. Da hat ja jeder seine eigenen Definitionen. Ab wann ist man vermögend, ab wann ist man reich und ab wann ist man das vielleicht nicht mehr und fällt in andere Kategorien. Aber es geht um die Methodik und da sehen Sie eben hier, wir sehen eben in den nächsten Jahren noch Überschüsse. Und an der rechten Hochachse sehen Sie eben dann auch dargestellt dieses Liquiditätskonto, auf dem diese Überschüsse landen. Und wir sehen hier auch in der langfristigen Betrachtung, bei der alle erwarteten Zahlungsströme, Einnahmen, Ausgaben, Steuern, Sozialabgaben abgebildet werden, diese Familie hat kein finanzielles Problem, weil am Ende des Tages die Einnahmen übersteigen langfristig. Die Ausgaben, das Liquiditätskonto auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, wir haben auch Vermögensanlagepotenzial. Wir haben hier eine Optimierung. Also so der Status quo. Und dann wird es relevant, sich natürlich die aktuelle Vermögensbilanz anzuschauen. Und da sehen Sie eben hier, wir haben eine Eigentumswohnung in München, die wird vermietet. Wir haben eine Eigentumswohnung in Berlin, die wird ebenfalls vermietet. Und dann sehen wir das Eigenheim. Und da merken Sie schon, auch das wird natürlich, wäre bei einer Vermögenssteuer, genau wie es ja auch bei der Erbschaft und Schenkung, dann einen heblichen Unterschied macht. Ist es eine vermietet Immobilie? Ist es das Eigenheim? Da gibt es unterschiedliche Steuerbegünstigungen oder auch Steuerbefreiungen. Da muss eben differenziert werden, um dann letztendlich auch im Falle einer theoretischen Vermögensabgabe, Vermögenssteuer oder einem Lastenausgleich zu einer Bemessungsgrundlage zu kommen. Das heißt, wir müssen mit differenzieren, was für Arten von Immobilien sind das. Habe ich noch Kredite drauf? Die werden wahrscheinlich abzuziehen sein für eine Bemessungsgrundlage. Dann sehen Sie hier, unser Haushalt hat Versicherungen. Aber hier bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir bei einer Vermögenssteuer neben allgemeinen Freibeträgen auch nochmal Freibeträge für die Altersvorsorge hätten. Also wäre auch die Frage, sind denn die kompletten 189.000 Euro hier relevant als Bemessungsgrundlage für eine Steuer oder gibt es da Freibeträge, Freigrenzen in Abhängigkeit des Alters? Dann sehen wir hier die Liquidität, die sich auf Konten und Wertpapierbestände verteilt. Die ist relativ einfach zu messen, weil das sind klar zu ermittelnde Verkehrswerte. Da gibt es auch keine Diskussionen über den heutigen Wert. Und dann sehen Sie schon, der Hans Tüchtig, der hat eben Gesellschaftsanteile, eine operative Gesellschaft. Dann ist ja die Frage, wie wird die eigentlich bewertet? Ist die mit dem Verkehrswert? Wenn ja, ist es ein Ertragswertverfahren? Macht man dann ein Gutachten? Und da merken Sie schon auch bei diesen Details, es ist eben sehr, sehr unterschiedlich in der Praxis, was ist die Vermögenshöhe und was wäre dann eine relevante Bemessungsgrundlage für Steuern und Abgaben? Und genauso wie wir das, wie eben angesprochen, bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer haben, dass sie unterschiedliche Bemessungsgrundlagen für ähnlich gelagerte, aber nicht vergleichbare wirtschaftliche Sachverhalte haben, so wäre das auch in dieser Konstellation. Also man müsste mal Bilanz zielen und müsste mal schauen, wo steht man überhaupt? Und da sehen Sie ja schon, das macht ja Sinn, diese Vermögensbilanz und diese Liquiditätsplanung, unabhängig davon, ob wir eine Vermögenssteuer oder einen Lastenausgleich bekommen oder nicht. Was haben wir im nächsten Schritt getan? Wir haben mal gesagt, naja, wir würden mal unterstellen, es gibt Freibeträge, es gibt Vermögen, die sind nicht einzusetzen. Dann habe ich einfach gesagt, das sehen Sie schon hier als Ausgabenpunkt, Ich habe unterstellt, dass wir ab dem 01.01.2026 eine Vermögensteuer haben in Höhe von einem Prozent auf 1,6 Millionen Euro. Das war jetzt hier mal das relevante Vermögen, was ich aus dem Daumen raus einfach als Basis genommen habe für diese methodische Darstellung. Da sehen Sie also als Ausgabenpunkt 16.000 zusätzliche Ausgaben. Sie sehen, die Liquiditätssituation unserer Familie ist immer noch positiv in diesem Jahr. Sie erinnern sich, noch sehr, sehr hohe Einkünfte bis zum geplanten Ruhestandsbeginn, bis zur Reduzierung der aktiven Erwerbstätigkeit im eigenen Unternehmen. Und dann sehen Sie aber hier langfristig, dass eben diese Liquiditätsplanung, wir haben jetzt eben Jahre, in denen wir mehr ausgeben, als wir einnehmen, also haben wir ein Defizit, haben aber noch auf dem Liquiditätskonto genügend Puffer, um das abzubauen. Aber Sie sehen natürlich, dann kommen neue Fragestellungen dazu. Also, was möchte ich Ihnen an dieser Stelle mitgeben? Erstens muss klar sein, Lastenausgleich, Vermögensabgabe, Vermögensteuern werden immer ansetzen einer gewissen Bemessungsgrundlage. Die wird immer verfassungsrechtlich auch zu diskutieren sein. Es wird auf die konkrete Vermögenstruktur ankommen. Dann wird es mit Sicherheit noch Freibeträge geben in verschiedenen Bereichen. Das können persönliche Freibeträge sein pro Kopf in der Familie. Das können sachliche Steuerbefreiungen sein für selbstgenutzte Immobilien. Das können Begünstigungen sein für operative Vermögen. Das heißt, heute einfach zu sagen, wie es ja oft passiert, naja, Sie haben 4 Millionen Vermögen und auf 4 Millionen zahlen Sie jetzt analog dem historischen Beispiel die nächsten 30 Jahre 1,6 Prozent pro Jahr. Also 1,6 Prozent auf 4 Millionen werden ja dann 64.000 Euro. Sie zahlen jetzt 64.000 Euro pro Jahr. Das ist natürlich Mumpitz. Das ist, wie soll ich sagen, vielleicht sehr stark vertriebsorientiert, weil Ihnen irgendjemand einen Vermögensschutz, eine Asset Protection Lösung verkaufen möchte. Also da gilt es zwischen Vermögen, Bemessungsgrundlagen, Befreiung und Ähnlichem zu differenzieren. Und das ist momentan noch gar nicht möglich, weil das sind ja momentan alles noch theoretische Überlegungen. Deswegen, was Sie tun können, ich denke, ich konnte es an diesem Praxisfall kurz darstellen. Keine überhasteten Maßnahmen, kein Grund zur Panik, auch wenn vielleicht die Gemengenlage nach der einen oder anderen Schlagzeile in der Zeitung oder nach dem, wenn Sie sich eine Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen betrachten, die Emotionen mal hochkochen, kochen, kein Grund zur Panik, fokussieren Sie sich auf die Themen, die Sie kontrollieren können. Und wenn Sie bisher noch keine Finanz- und Liquiditätsplanung erstellt haben, die laufend aktualisiert wird, dann ist das ein sinnvoller Anlass, weil Sie, wie Sie eben gesehen haben, wenn die Daten in einer Finanzplanung vorliegen, dann können Sie mögliche Zukunftsabwartungen sehr gut abbilden. Sie sehen direkte Effekte auf Liquidität, auf Vermögenstruktur, auch auf Kennzahlen, sehen auch Handlungspotenzial und dann können Sie überlegen, ist mein Vermögen so hoch, dass ich vielleicht in irgendwelche Themen hineinrutsche, dann können Sie überlegen, übertrage ich Gelder auf die Kinder, wenn ja, in welcher Form, wenn ich Vermögen übertrage, fallen die aus meiner Bilanz raus, wenn ich die Erträge behalte, was bedeutet das, dann haben Sie eine sehr gute Methodik, um diese verschiedenen Aspekte zu simulieren, bevor Sie etwas tun und das Schöne, diese Vermögens- und Liquiditätsplanung, die brauchen Sie nicht nur für eine abstrakte Vermögensplanung, sondern auch für die eigene Ruhestandsplanung, die eigenen vermögensrelevanten Fragestellungen. Wie viel Geld nehme ich vom Tagesgeld in die langfristige Kapitalanlage? Wo tilge ich bei der Immobilie? Wo spare ich separat an? Wann kann ich vielleicht auch meine aktive Erwerbstätigkeit beenden? Diese ganzen Punkte können Sie mit der Finanzplanung beantworten. Das heißt, diese Vorgehensweise und Methodik ist immer sinnvoll, unabhängig davon, ob eine Vermögensteuer kommt oder nicht. Und wenn Sie denn mal kommen, haben Sie dann eine sehr gute Möglichkeit, mit einem zeitlichen Vorlauf zu planen, zu simulieren, Wirkungen darzustellen und dann eben entsprechend erst in die Umsetzung zu gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier als Instrumentarium für die Vermögensübertragung, Generationen greifen im Familienkontext. Tja, meine Damen und Herren, das soll nochmal der Praxisfall gewesen sein, auch als Einstimmung, um die Themen abzugreifen, die wir im Vorhinein auch schon bekommen haben, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir das lösen. Und ich würde nun die Aufzeichnung an dieser Stelle beenden, sodass wir hier nun Ihre Fragen im Chat gerne entgegennehmen und diese natürlich beantworten. Das Ganze natürlich wie immer auf anonymer Basis. Deswegen allen, die uns bereits verlassen, weil sie sagen, mich hat nur der Vortragsteil interessiert. Ihnen einen schönen Mittag und einen guten Appetit. Und alle anderen lade ich zur Diskussionsrunde ein. Bleiben Sie erstmal gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.